Oh, hi, Marc. Oh, hey. Bereit, einen Radiorafnika-Folge aufzunehmen? Ja, ja, ja. Aber wo ist denn dein Radiorafnika-Merch? Ich, ähm, also, wenn wir dabei sind, du hast mir den noch nicht gesch... Gar kein Problem, Marc. Denn jetzt ist der Merch-Shop online. Aber, aber, aber was ich eigentlich fragen wollte, war doch... Geh einfach auf den Link in der Videobeschreibung und bestelle bis zum 22. November 2023 entweder den Radiorafnika-Hoodie kuschelig warm und bestickt mit dem ikonischen Radiorafnika-Logo in schwarz mit weißem Stick, weiß mit schwarzem Stick oder klassisch im Radiorafnika-Stil grün mit goldenem Stick. Perfekt kombinierbar mit dem Radiorafnika-T-Shirt in weiß oder schwarz. Hochwertiger, dicker Stoff und Druck lässt sich bei jedem Spiel glänzen. Vegan, fair und in Europa produziert. Versteht sich. Bestelle jetzt dein Stück Radiorafnika mit dem Link in der Videobeschreibung. Nur noch bis zum 22.11.2023. Robin, schickst du mir jetzt auch was davon? Ja klar, kein Problem. Dankeschön. Was machen wir jetzt als Werbung dafür? Lost Camerons of X-Alan, unsere Top 6 Karten aus dem Set. Unsere Ansichten, wir haben ja letzte Woche schon über die Mechaniken geredet, wir haben schon über ein paar Karten geschickt. gesprochen, dementsprechend werden wir jetzt nicht alle Karten bewerten, die potenziell stark sind. Hier geht's aus unseren persönlichen Aspekten heraus, du hast eine Top 3, ich hab eine Top 3, zusammen macht das unsere Top 6. Wir haben noch ein paar Honorable Mentions, die wir auf jeden Fall kurz erwähnen müssen, wenn wir über das Thema Top 6 Karten reden, aber genau. Also es ist jetzt nicht auf ein Format spezialisiert, wir werden natürlich darauf hinweisen, wenn wir im Hinterkopf haben, wo wir diese Karten haben wollen. A.k.a. Pioneer in meinem Fall. Und ja, dementsprechend starten wir doch mal. Wir können halt auch nicht so viele Karten reinnehmen, wie wir eigentlich wollen. Genau. Deswegen, es sind ein paar Karten mit drin, vielleicht werden wir hier und da noch auf andere Sachen verweisen, aber ja. Genau. Und wie gesagt, es gibt sehr viele coole Karten-Designs, die garantiert in Standard und vielleicht auch hier und da in Pioneer oder Commander Play sehen, aber die haben jetzt vielleicht nicht die höchste Prior bei uns. Ähm, lass uns doch mal loslegen mit ein paar Honorable Mentions, die wir schon besprochen haben, über die wir ganz schnell drüber gehen können. Natürlich können wir nicht drüber reden, ähm, ohne, also über das Set reden, ohne auf Kevin of Souls nochmal aufmerksam zu machen. Der Reprint in Mythic, leider in Mythic, aber bringt halt Kevin of Souls in Pioneer. Ich glaube, wir beide finden das top. Jeder Reprint von Kevin of Souls ist gerne gesehen. Ja, jetzt brauche ich aber nochmal vier für Pioneer. Sehr gut. Cool, danke, Watsi. Ebenso der Reprint von Resplendent Angel, ebenfalls in Mythic. Ein neues Artwork wurde hier spendiert, was natürlich dem Thema irgendwie ganz gut passt, aber auch da Verweis auf eben Simic Angels in Pioneer, da wo die Karte sehr krass gebraucht wird. Wir haben ein paar oder zwei Spells in der Kategorie Weiße Removal Spells in Dusk Rose Reliquary und Get Lost. Hast du dir die Karten auch schon angeguckt und sind sie dir auch so positiv aufgefallen wie mir? Ja und nein. Ich finde es sehr spannend, weil Dusk Rose Reliquary war für mich so ein ... Ich bin mir nicht sicher, wie gut das Ding wirklich ist. Wir haben mit Dusk Rose Reliquary ein einweißes Mana. Artefakt hat zusätzliche Kosten, um den Zauber zu spielen, muss man einen Artefakt oder eine Kreatur opfern. Das Artefakt selber hat Ward 2, das heißt, man muss zwar Wanderbezahlen, muss es zerstören. Und wenn es ins Spielfeld kommt, kann man einen Artefakt oder eine Kreatur, die jeden Tag kontrolliert, ähm, removen, solange bis Dusk Rose Reliquary das Spielfeld verlässt. Ich kann mir vorstellen, dass das sehr cool ist, wenn man das Ding nicht castet, sondern wenn das irgendwie ins Spiel bringt. Mhm. Aber zum Casten, wo man einen Artefakt oder eine Kreatur für opfern muss, haben wir doch in den meisten Formaten tatsächlich eigentlich besseren Kram, oder? Ja, also ich würde dir zustimmen, dass das keine generisch gute Removal-Spell ist. Also, ähm, ganz kurz, ich finde, das Set hat ziemlich, ziemlich guten Removal, also gerade auch für Limited. Gerade in Uncummen und Kammen sind teilweise lächerlich starke Removal-Effekte mit dabei. Äh, und Dusk Rose Reliquary ist da auch eins davon. Ähm, tatsächlich habe ich mit dieser Karte ein Deck in Verbindung gebracht in Pioneer, und zwar das Boros Convoke-Deck, was, ähm, Tokens in Hülle und Fülle, äh, bringen wird. Und da, finde ich, ist das halt ein, ja, quasi Path-to-Exile-O-Ring, äh, also Oblivion-Ring-Effekt für einen Mana. Und meistens hat man noch genug Kreaturen herumliegen, um halt eben einen Blocker wegzulassen. Ähm, und das ist, glaube ich, das, wo ich das am ehesten sehe. Klar, wenn man um das Ward drumherum kommt und wenn man Artefakt-Removal hat, dann ist die Karte immer noch da, also das ist keine Frage. Aber in Pioneer eben eine Karte zu haben für einen Mana, wo man in Anführungszeichen nur ein Artefakt, äh, von einem Thraben-Inspektor oder von einem Voldaren-Epicure, äh, das, das Blood-Token oder sowas opfern muss, um eben einen Blocker aus dem Weg zu entfernen. Es gibt ja auch keine Restriktion, was für eine Kreatur ist. Das kann eine Sheolgid sein, das kann halt irgendwie ein, äh, äh, Elder Gargaroth sein. Alles, was irgendwie targetable ist, kann damit eben removed werden. Für einen Mana finde ich das gerade für dieses Deck stark. Und generell könnten wir das auch weiterspinnen. Also es gibt ja auch, ähm, das Soldier-Deck nach wie vor in Standard. Ich bin in Standard, sind wir, glaube ich, beide nicht so super drin. Aber das macht ja auch viele Tokens. Da kann es auch schon mal als Wert sein, eben was zu sacrificen. Und ich glaube, Decks, die diese Karte spielen wollen, profitieren sehr stark davon, weil sie eben ohnehin Sachen sacrificen wollen. Und das Ward 2 ist richtig cool. Die keine Limitierung, auf welche Artefakt-Rack-Kreatur hier removed wird, ist schon ziemlich geil. Das ist Exile-Removal, also nicht das stärkste Removal, aber trotzdem eins, was ich halt ziemlich, ziemlich, äh, strong finde, eben für die Decks, die es haben wollen. Ähm, ähnlich, äh, ist es mit Get Lost, ähm, was ... Die Karte haben wir ja vor letzte ... Also haben wir ja letzte Woche schon mal ein bisschen gequatscht. Genau, zwei Mana Instant, zerstörten Kreatur, äh, Enchantment oder Planeswalker. Der, äh, Gegner bekommt zwei Map-Tokens. Ich finde, das ist halt jetzt das bessere, ähm, Faithful Absence. Ganz kurz gesagt. Ja, absolut, absolut. Weil die Map-Tokens sind nicht anderen zu stark wie die Klos. Genau. Äh, was hast du denn noch für die Honorable Mentions? Äh, ich sehe hier Guardians of the Great Door. Was handelt das? Richtig, Guardians of the Great Door, ähm, ist ein, äh, eine Karte, die mich sehr stark, äh, an, an eine Sache erinnert und für die ich schon mehrfach gefragt wurde, ob man damit nicht wieder Devin Texas spielen kann. Oh, wow. Weil wir haben, äh, zwei weiße Mana, vier, vier fliegenden Engel. Der sagt, wenn man ihn castet, muss man zusätzlich vier Artefakte, Kreaturen und, oder, oder, oder Länder tappen. Mhm. Und, ähm, diese Karte kann man halt über Äther Viola reinbringen. Mhm. Es erinnert mich an Sarah Avenger, den, der ein Zwar-Mana-3-3 ist, den man erst ab der Runde fünf casten kann oder sowas. Oder ab der Runde vier. Ja. Ähm, den man mit Fliegenwachsamkeit da auch reingebracht hat. Und wir haben gerade in Legacy ganz, ganz stark, ähm, Karten wie Dragon Raids Chandler, dessen ein 1-Mana-3-3er Flieger ist und noch andere Effekte hat. Oder einen Deathrite Chain, äh, Deathrite Chain, wollte ich schon sagen, Death of Secrets, Entschuldigung, ähm, 1-Mana-3-2 fliegend, der halt auch Power macht. Und die haben alle eine 3 vorne. Deswegen war der Sarah Avenger mittlerweile so schlecht, weil er nur noch 1-2-1 gegen diese Karten getradet hat. Der hier hält die auf, traded mit denen und bleibt am Leben. Das ist schon strong. Gerade so dieses Reinscheaten, das wäre ja auch potenziell eine ganz gute Sache für Collected Company. Auch wenn er jetzt keinen starken ETB hat, aber, äh, ja, für 4-4-Fliegender, der ist schon, sieht schon ziemlich gut aus. Und gerade durch dieses Äther-Viole, den kriegt man auch ziemlich schnell raus. Also, ist 4-4-Fliegend noch was, was man nicht unterschätzen darf? Absolut. 3-3 hinten ist schwach. Ähm, selbst für Pioneer, meiner Erfahrung nach. Ja. Aber eine 4 hinten. Eine 4 fangen die Leute an, zu überlegen und zu schlucken. Ja, sehr, sehr gut. Ähm, die letzten Karten als Honorable Mentions wären noch von meiner Seite aus Echoing Debs. Äh, ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar was für Legacy Lands wäre. Ähm, nicht nur für Lands. Oh, wow. Generell, generell für einige Decks. Weil, ähm, wenn man jetzt sagt, äh, der Gegner hat einen Ursasssager, man wastelandet die Ursasssager, spielt dann nach Echoing Debs und kopiert die Ursasssager aus dem Gegnerfriedhof. Ja. Weil Echoing Debs macht halt in beiden Friedhofen. Ja, das, ja, genau. Es ist ein Land, ein farbloses Land in Rare, äh, mit dem Untertyp Cave. Äh, und wenn sie ins Spielfeld kommt, äh, kommt sie als, äh, Kopie, äh, dann kommt sie getappt, äh, äh, als eine Kopie einer anderen Landkarte, äh, aus einem Friedhof wieder, außer, dass es halt eben eine Cave ist. Und darüber hinaus ist es halt ein farbloses Land. Aber, äh, ich hatte schon gedacht, irgendwie, äh, so Stripmine-Geschichten, Ursasssager-Geschichten, die man damit irgendwie rausnehmen kann. Äh, es wäre, es ist ein bisschen ein anderer, äh, Ding in, in, in Pioneer mit, ich hab überlegt, ob man damit Lotusfield quasi aus dem Friedhof kopien könnte. Aber Lotusfield ... Wann hast du Lotusfield im Friedhof? Das ist halt eben, es tendiert nicht, im Friedhof zu sein. Aber es wäre eine lustige, äh, lustige Geschichte. Aber sonst halt alle Sachen, wo man irgendwie Länder sacrificen kann, ist, glaub ich, eine ziemlich strong Geschichte. Und, äh, apropos Länder, es gibt noch einen Cycle von einfarbigen Hidden Lands. Ähm, die sind einfach nur hier herauszustecken. Sie sind in Common und sie haben auf Ländern Discovery. Äh, also das Discovery, äh, ich glaub, es ist vier bei den Hidden Lands. Äh, das heißt, man kann sie, wenn man nichts mehr zu tun hat in, äh, Pauper, wenn das irgendwann mal auftauchen sollte, kann man die eben aktivieren und, äh, in irgendwas reinkaskaden. Das find ich tatsächlich überraschend strong. Und ich erwarte, dass die sehr viel gespielt werden, werden in, äh, in, in Pauper tatsächlich. Hm. Einfach nur, weil es Free Value ist quasi. Ähm, aber lass uns mal mit den Top 3 starten. Was ist denn deine erste Karte, ähm, aus deiner Top-3-Liste? Ähm, anders als sonst fang ich diesmal mit dem Stärksten an. Yes. Aus meiner Meinung nach. Und zwar ist es der Stalactite Stalker. Stalactite Stalker ist ein Ein-Manner-1-1-Menace-Goblin-Rogue. Mhm. Der sagt, zu Beginn des End-Steps, wenn man die sendet hat, legt man eine Plus-1-1-Mark auf ihn. Und man kann die für drei Manner opfern, um eine Kreatur minus X minus X zu geben, wobei X seine Stärke ist. Wir leben in einer Welt, in der, ähm, Scam ein Ding ist. Also nicht nur, dass, äh, man online irgendwie gescampt wird, sondern tatsächlich, dass wir, äh, Grief und, äh, andere, ähm, Effekte haben. Wir haben Fettschlender in, äh, sehr vielen Formaten. Das heißt, wir reden hier von einem Ein-Manner-2-2-Menace, wenn man mal durchschnittlich realistisch denkt. Und dieser Ein-Manner-2-2-Menace, der dann in der nächsten Runde, nachdem er zugehauen hat, weil der Gegner wird den nicht blocken können, wie will er den denn blocken, Menace, äh, äh, auf 3-3 oder 4-4 anwächst, der dann irgendwann zu einem richtig großen Problem wird. Ja. Und diese, diese, diese Möglichkeit, wie schnell und groß der wachsen kann in einem Aggro-Deck, in einer Meta, wo man in der ersten Runde halt den neben, äh, neben einen, ähm, Grief setzt, der ja auch Menace hat. Mhm. Das ist fast unblockbar. Und wächst praktisch jede Runde. Ja. Ja, das, das, auf jeden Fall. Also, äh, ich hatte die Karte schon gesehen, aber tatsächlich nicht unter dem Namen, äh, Selected Stalker. Es ist meiner Meinung nach, gerade in Modern, tatsächlich nochmal so eine Karte, wo ich sagen würde, okay, äh, das ist halt wirklich strong. Weil dadurch, dass er ja nicht mal sehen muss, dass eine Karte Descended ist, also dass ein Permanent von irgendwo auf den Friedhof gelegt wird, ähm, wächst er halt so oder so eben, äh, an. Ähm, auch wenn man den Turn 1, man fetcht auf einem Schwarzes Land, spielt den, dann kommt der ja trotzdem als 2-2 rein und der hat ja keine Haze, deswegen verliert man ja auch keine Power. Und, ja, gerade in, in Fetchland-Formaten glaube ich, dass der extrem stark sein wird. Also, er wäre allgemein Kandidat für mich, generell als, äh, einer der besten Descent-Karten aus dem Set. Ähm, zu den anderen kommen wir gleich noch, meiner Meinung nach. Ähm, aber ja, der, der ist super stark und kommt super früh, ähm, bekommt halt eben mehr und mehr Counter und ist ein Removal-Spell mit drin. Also, ist ein solider One-Drop, würde ich sagen. Ja, ja. Auf einem relevanten Kreaturen-Typ, das darf man auch nicht vergessen. Also, Goblins, nicht wirklich Karten-Deck, aber für das, wo es vielleicht interessant sein könnte, äh, vielleicht gar nicht so schlecht. Yes. Ähm, dann mach ich mal weiter direkt mit meiner Karte, mit Descent. Äh, und es ist Souls of the Lost, ähm, der Tamogolf dieses Sets. Äh, das haben wir jetzt, äh, schon häufiger gehört. Äh, wir haben hier ein 2-Mana, ein generisches, ein schwarzes, für ein Sternchen, Sternchen plus 1 Creature Spirit, mit einer zusätzlichen Kosten, äh, verbunden, wenn man sie spielt, äh, dass man eine Karte abwerfen muss oder eben, äh, einen permanent Sacrificen muss. Und er hat das Fathomless Descent. Ähm, das heißt, die Power und Toughness dieser Kreatur sind, äh, also die Sternchen in der Power-Toughness-Bewertung ist die Anzahl an Permanents, die man im, äh, Friedhof braucht. Ähm, in diesem Fall, ich bin mir nicht mal sicher, ob die Karte so viel Play sehen wird, weil das Problem ist, also dieses, dieses Graveyard-Hate-Thema ist leider real, auch in Pioneer und auch in Standard oder wo auch immer das auch Play sehen wird. Und es ist, glaub ich, der, der 2-Mana-Tamogolf-eske Effekt, den wir in letzter Zeit bekommen haben, der noch am, am besten spielbar ist. Ähm, und es gibt einen Case, den tatsächlich in Absan Greasefang in, äh, in Pioneer zu spielen, weil's ein 2-Mana-Discard-Outlet ist. Ah, aber es ist die Frage, ist sie wirklich besser als Discard-Outlet, als andere Karten, die man jetzt schon spielt? Hast du da, was ist deine Meinung zu Souls of the Lost? Ich, ich, ich find die spannend. Ich, ich bin mir nicht sicher, wie viel Play die am Ende des Tages sehen wird. Ähm, weil sie ist spannend genug, dass wir drüber reden, keine Frage. Ja, ja, definitiv. Aber sie ist, glaub ich, am Ende des Tages ticken zu schwach, tatsächlich. Ja. Leider, leider ein Ding zu schwach. Also, ich seh schon irgendwo ein Deck mit, ähm, eben so ein, vielleicht so ein Golgari-Graveyard-Ding, wo du dann auch so was wie Grisly Salvage spielst. Dein Friedhof richtig voll ballast mit Permanents. Vielleicht ist da noch ein Reanimation-Ding mit drin, was ja Absan Greasefang unterm Strich eben ist. Ähm, aber das Ding bei Absan Greasefang ist halt eben, dass du auf diesen Combo-Turn gehst, dass du Turn 3 Greasefang spielst und dann deine, deine Vehikel eben aus dem Friedhof rausholst und direkt angreifst. Du gehst eigentlich nicht aufs Long Game. Ähm, es gibt eine Mardu-Greasefang-Variante, die ein bisschen länger geht, die auch so was spielt wie eben Fable of the Mirrorbreaker. Und da würd ich sagen, geht diese Karte schon ein bisschen höher im, im Value. Ähm, dadurch, dass man halt eben längeres Spiel geht und der kann halt schon signifikant größer werden als in so einem typischen Combo-Greasefang-Zug. Ähm, aber Thema Descent und Fetchlands. Siehst du die Karte irgendwo eventuell vielleicht doch auch in, äh, Modern erscheinen oder in höheren Formaten? Aktuell ist Modern voll mit den, den lustigen Karten, die viel zu schnell für diese Karte sind, meiner Meinung nach. Ja, ja, ich glaube auch. Oder ist einfach, einfach nicht, 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 ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist einfach eine zu langsame Karte leider. Ja, aber ich meine, es ist tatsächlich nur eine relevante Kosten, dass wenn man kein Deck spielt, was an sich eben was Sacrificen kann Turn 2 oder was abwerfen kann, was eine permanente ist, dann ist die Karte halt auch nur eine 0,1. Also, das muss man halt auch sagen, ne? Also, es gibt Graveyard-orientierte Decks, die tatsächlich alle verfügbaren oder alle spielbaren oder einigermaßen spielbaren Fetchlands in auch Pioneer spielen. Unter anderem halt die Overlook-Lands aus New Carpenna, die quasi sich sofort Sacrificen, wenn du sie rausspielst. Das könnte eine Möglichkeit sein, mehr Permanente zu erzeugen im Friedhof. Aber ich bin gespannt. Also, ich wäre auf der einen Seite nicht überrascht, wenn die Karte viel Play sieht. Auf der anderen Seite wäre ich auch nicht überrascht, wenn sie gar kein Play sieht. Das ist so eine typische Karte von wegen spannendes Design, aber die Fallhöhe ist da. Also, es kann auch sein, dass die halt tatsächlich gar nicht gespielt wird. Ja, leider, leider. Aber eine sehr, sehr spannende Karte. Was ist denn deine nächste Karte, über die du sprechen möchtest? Meine nächste Karte ist Promise Denied. Promise Denied ist eine Karte, als sie gespoilert wurde, hatten bei mir in der Online-Gruppe sozusagen ganz viele Leute einfach so, uff, uff ist die broken, uff ist die krass. Und umso mehr ich mit den Leuten darüber geredet habe, umso mehr haben sie, glaube ich, realisiert, das ist zwar eine nette Karte, aber sie ist halt nicht so kaputt, wie man denkt. Wir haben mit Promise Denied eine Karte, die für viele Blau-Weiß-Spieler sehr lange hergesehnt wurde, irgendwie vom Gefühl her, würde ich sagen. Weil wir haben einen Counter, der halt auch gleichzeitig einfach einen Silence-Effekt hat. Also sagt, Karten können nicht mehr gecastet werden, diese Runde. Und zwar zwei Mana. Das ist halt das Starke dabei. Ein blaues, ein weißes, wer countert, ein Nicht-Kreaturen-Zauber. Und der Gegner kann keinen Nicht-Kreaturen-Zauber diese Runde mehr spielen. Es ist halt einfach eine Karte, die für ganz viele Leute sagen, krass, Megateil. Und es ist nicht so. Es ist nicht so. Ich muss es halt immer wieder sagen. Ich habe diese Karte reingenommen, um zu zeigen, die Karte ist zwar cool, und es ist Samuel L. Jackson drauf, dementsprechend, wer das mag, bitte. Aber sie ist nicht so stark, wie alle Leute tun. Aktuell sind es, glaube ich, keine Ahnung, drei Angebote auf Cardmarket für 30 und 80 Euro. Macht das nicht. Macht das bitte, bitte nicht. Ja, also Permission Denied, es liest sich deutlich stärker, als es wahrscheinlich unterm Strich ist. Ich meine, der feuchte Traum, wenn du siehst, einen Counter-Control-Spieler, ist es wahrscheinlich hier, einen Combo-Turn zu vereiteln. Wobei man sagen muss, das hat man wahrscheinlich schon geschafft, wenn man wirklich die relevante Karte gecountert hat. Also, in dem Fall ist es halt kein so hoher Benefit mehr, andere Non-Creature-Spells zu blockieren, indem man eben sagt, der Gegner kann halt oder deine Gegner können keine Non-Creature-Spells mehr diesen Zug casten. Es könnte auch, also wenn wir jetzt weg von Legacy mehr in Richtung Commander gehen, es könnte auch eine Art von Schutz für ein Combo-Deck selbst sein. Also im Sinne von, man versucht, seinen großen Combo-Zug zu machen, countert den Hate gegen seine eigene Combo und unterbricht dabei die Gegner noch mit dem Silence-Effekt weiter zu intervenieren, sobald es einmal resolved ist. Und das ist, glaube ich, die Stärke von dieser Karte in jetzt nicht-Legacy-Vintage-Reihen. Ich fand's aber tatsächlich spannend, weil wir mit Dolphins Vito auch einen Negate-Effekt haben, der ja auch für Aufsehen damals erregt hat. Und wir müssen dabei übrigens sagen, es ist dabei keine, technisch gesehen, keine Lost Caverns of X-Alan-Karte, sondern eine Jurassic World-Collaboration-Karte. Aber ich meine, wir haben gesagt, sie kommt in Boostern dazu. Hier haben wir noch mal eine Möglichkeit, eben über Rex-Karten zu sprechen. Deswegen haben wir sie noch mit reingenommen. Und ich meine, es ist eine Samuel L. Jackson-Karte. Also wenn wir Samuel L. Jackson in Magic the Gathering willkommen heißen dürfen, dann sollten wir das tun. Aber der Counter-Spell vielleicht ein bisschen überhyped ist. Hm, absolut. Ja, aber damit würde ich sagen, kommen wir zur nächsten Karte von mir. Auch da, surprise, surprise, es gibt wieder einen gewissen Pioneer-Fokus. Denn wir haben eine Karte, die funktionell sehr ähnlich ist zu einer Karte, die schon ein bisschen Play sieht. Und zwar in Molten Collapse eine rote und eine schwarze für eine Sorcery, die modal ist. Das heißt, man kann aus zwei Bereichen wählen. Also sie sagt, choose one. Entweder zerstöre eine Kreatur oder einen Planeswalker oder zerstöre eine Non-Creature, Non-Land-Permanent mit Mana-Value 1 oder weniger. Und jetzt kommt's, wenn wir in dieser Runde Descended haben. Also wenn eine permanente Karte von uns von irgendwo in den Friedhof gelegt wurde, dann können wir beides wählen. Und das ist halt eben quasi Dreadbore, auch eine 2-Mana-Destroy-Target-Creature oder Planeswalker. Als Sorcery, also gleiches Timing, aber halt diesen etwaigen Zusatzeffekt hier und da noch eine Non-Creature, Non-Land-Permanent mit Mana-Value 1 oder weniger eben noch wegzuballern. Und in Pioneer, wir haben halt natürlich Raktos Midrange, wir haben auch Raktos Sacrifice. Lustigerweise wäre das eine sehr gute Karte für auch Raktos Sacrifice, als auch gegen Raktos Sacrifice, weil das würde eben den Oven erwischen, den man ja so gerne zum Sacrificen verwendet. Man kann auch andere Paid-Pieces hier und da mal so wegsnipen. Aber wie stehst du denn zum Molten Collapse? Ich hab auch da gehört, viele Leute reden davon, dass das eventuell auch eine Karte für Modern sein würde, dadurch, dass es wieder Fetchlands geben wird in Modern. Und man das halt dann doch sehr einfach triggern lassen kann, oder? Ja, also es ist tatsächlich eine Möglichkeit, es einfach zu triggern. Man braucht nie wieder Dreadboar spielen. Dreadboar ist ein 2-Männer, ein rotes, ein schwarzes, zerstörende Kreatur oder Planeswalker. Diese Karte macht das alles mit und noch so viel mehr. Dementsprechend einfach super, super stark. Die Möglichkeit, Non-Creature, Non-Land-Permanent mit Mana-Value von 1 oder weniger zu machen, ist halt so was wie Defining Silence in Combo-Decks oder Ähnliches. Oder mit dem Creature-Pipe so Talia aufdenken. Also es ist wirklich, wirklich eine gute Karte. Und vielleicht auch schon zweimal auf meiner Ones-Liste. Sehr gut. Ich glaub, Andrea Mangucci hat's auch ganz gut beschrieben online. Ich hab's, glaub ich, auf Instagram gelesen, aber ursprünglich war's auf Twitter. Dass er immer so ein bisschen hin- und hergerissen ist, gerade mit Dreadboar für Rakdos Decks in Modern und alles darüber hinaus. Weil es halt ... Es ist eine sehr gute Antwort auf sehr viele Sachen. Aber es ist halt Sorcery-Speed. Es fehlt halt dieses gewisse Extra. Dieser modale Modus, oder hier und da eben zwei Targets zu zerstören. Dieses typische Rakdos 2 for 1. Und ich glaub, das Molten-Collapse wird darauf die gute Antwort sein. Und für alle Leute, die Rakdos Midrange in Explorer spielen, das ergänzt jetzt quasi die noch fehlenden Dreadboars, die es noch nicht auf dem Klienten gibt bei Magic Arena. Also hier könnt ihr jetzt auch quasi eine ... bis ins letzte Detail optimierte Liste spielen. Glaub ich zumindest. Ich glaub, wir haben jetzt soweit alles für Rakdos Midrange. Aber was ist denn deine letzte Karte auf deiner Top 3? Meine letzte Karte ist The Ancient One. The Ancient One ist kein Eldrasi. Auch wenn er so klingt. Wir haben ... Und auch kein Marvel-Charakter. Auch wenn viele Leute sagen, ja, Marvel kommt, wir haben's ja schon mal gemacht, sie haben den Namen schon verbraucht, was ich spannend finde. Weil The Ancient One ist ja eigentlich dieser Mönch-Dame. Ja. Beziehungsweise dieser Mönch-Typ. Der von Dr. Strange. Genau, von Dr. Strange. Master oder so. Genau. Aber The Ancient One ist ein Legendary Creature Spirit God. Und das war der Grund, warum ich wieder ausgewählt hab. Wir haben einfach eine Götter-Karte bekommen, die ich so großartig von der Idee her finde. Weil das hätte man schon viel früher machen können. Man hat ein blaus und schwarzes. Eine 8-8-Kreatur. Die sagt, solange man nicht 8 oder mehr permanent in seinem Friedhof hat, mit Descendant 8, kann die weder angreifen noch blocken. Können aber den Effekt aktivieren. Für 4 Mana können wir eine Karte ziehen. Und eine Karte abwerfen. Und wenn man eine Karte abgeworfen hat, was man eigentlich macht, weil, naja. Ja. Dann muss ein Spieler so viele Karten millen, wie die Mana-Value der Karten sind. Und das macht es sehr spannend. Wir haben auf der einen Seite eine 2-Mana-8-8-Möglichkeit, einen richtig coolen Commander auch zu haben. Der vor oder später dann auch mit 8-8 zuhaut. Wir haben die Möglichkeit, für 4 Mana auch einfach den Gegner mal ordentlich Karten millen zu lassen. Und dann die Kreatur zu reanimaten oder so was. Lustige, lustige Sachen, die jemand machen kann. Das Einzige, was mir darauf fehlt, ist, dass er zerstörbar ist. Ja. Das ist das Einzige, was so ein bisschen der Nachteil dran ist. Ansonsten finde ich die Karte einfach vom Design her super witzig und super cool. Ja, ich hab die tatsächlich auch nicht ... Jetzt, bevor du sie erwähnt hast, noch gar nicht so krass angeguckt. Aber ich muss tatsächlich sagen, sie wäre auch gar nicht so uninteressant für die Mehrdecks in Pioneer und vielleicht sogar Standard. Ich weiß nicht, wie groß Mill in Standard gerade ist. Aber zumindest in Pioneer gibt's das ein oder andere Mill-Slash-Rogue-Stack. Und wenn man da halt eben schafft, auch seinen eigenen Graveyard zu füllen und halt eben mit dieser Fähigkeit auch zu arbeiten, dass dann quasi einen repeatable Mill-Effekt auf der Karte selbst hat. Plus halt im besten Fall hat man das halt natürlich schon aktiviert, dass man acht oder mehr Permanente hat. Dann halt ein zweimaler Achtachter. Ist nicht so schlecht, will man mal sagen. Er hat zwar keine Evasion, kein Menace, kein Flying oder sonst irgendwas. Aber trotzdem blocken kann er echt für einiges. Und wenn man da noch seine Krabben draußen hat oder so, das kann schon ziemlich gut sein. Also im optimalen Fall ist er online, wenn man ihn castet. Aber auch selbst darüber hinaus, du hast schon gesagt, ein Commander, ein häufiger aktivierbarer Loot-Effekt, der Gegner halt eben zum Millen bringen kann. Und ich find's ziemlich cool. Also bin gespannt. Auch hier, es hängt wahrscheinlich sehr viel davon ab, wie stark halt die Cent sein wird. Aber potenziell ist das vielleicht die Karte, die wir als Tamo-Goyf-Ersatz gebraucht haben. Ja, je nachdem. Genau. Und ja, also sehr, sehr coole Karte. Meine letzte Karte ist tatsächlich eine Karte, die ich sehr häufig schon gelesen habe, dass sie zu einem neuen Deck in Pioneer führen wird. Und zwar ist es Amalia Benebena Vides Aguire. Eine zwei Mana, ein weißes, ein schwarzes. Zwei, zwei Legendary Creature Vampire Scout mit Ward. Pay three life. Also wenn man sie targetet, dann muss man drei Leben zahlen, sonst wird er gecountert. Und dem Effekt, immer wenn man Leben dazu bekommt, bekommt, explort Amalia und dann zerstöre alle Kreaturen, wenn diese Kreatur 20 Power hat. Und zwar exakt 20. Und das ergänzt sich sehr gut mit unserem Wild Growth Walker aus dem Original Nixalan. Das ist eine zwei Mana 1-3 Creature Elemental mit dem Text, immer wenn eine Kreatur explort, pack eine 1-1-Card, eine 1-1-Marke auf den Wild Growth Walker und man bekommt drei Leben. So. Was passiert jetzt, wenn wir beide draußen haben und wir Leben bekommen? Ganz einfach. Wir triggern Amalia, das heißt Amalia explort. Das heißt, Wild Growth Walker sagt, oh, krass, hier wurde ja gerade explort. Ich packe meine 1-1-Marke drauf und wir gainen drei live. Oh, dann sagt man, ah ja, dann haben wir jetzt gerade drei Leben bekommen. Das heißt, Amalia triggert. Wir exploren also wieder und dann explort man. Und das ist quasi eine Infinite-2-Karten-Kombo. Man könnte hochstaffiert sagen, das ist ein Splinter-Twin-Kombo in Pioneer. Ich würde, glaube ich, soweit nicht gehen. Ich glaube, dafür gibt es noch zu viele einfache Antworten, die Kombo zu unterbrechen, sprich Creature Removal. Aber es ist eine Absahn-Kombo, um die man eben bauen kann. Man kann andere Explorer spielen. Es gibt auch hier One-Drops und Two-Drops, die eben on ETB exploren, um diesen ganzen Cycle eben ans Laufen zu kriegen mit Wild Growth Walker und Amalia. Beides lässt sich finden mit eben Collected Company. Glaubst du, wir haben ein neues Kombo-Deck, ein Creature-Kombo-Deck in Pioneer? Ich glaube, es ist sehr spannend, das zu machen. Was einfach die Wand es daran hat, dass Amalia auch gar nicht so leicht zu removen ist, weil sie hat ja noch Ward 3, Pay for Life. Und je nachdem, was man auch dabei macht für einen Deck, ist es schon möglich. Mich erinnert das so ein bisschen an diese Zeiten der Kombo-Decks, wo so A, B-Kombo-Decks so ein bisschen fringe waren. Und jetzt muss man dabei sagen, man hat ja auch genug Möglichkeiten, den Gegner in seinem Zug auszusperren. Auch in Grün und in Weiß und in Schwarz. Oder halt einfach hinzugehen und sagen, hey, discard oder silence dich und mach dann weiter. Und ich glaube tatsächlich, diese Möglichkeiten, damit irgendwas zu machen in einem Kombo-Deck, es wirkt für mich so viel leichter, als mit Hidden Strings 30 Mal das Land zu enttappen, zu versuchen, weiterzukommen und vielleicht zu fällen. Das hier ist ein safer A-B-Kombo. Und eine A-B-Kombo hatten wir in Pioneer zuletzt, lass mich nicht lügen, ich glaube, also eine gute im Kombo-Winter. Und dementsprechend haben wir hier so einen kleinen Versuch, wo ich sage, hm, hm, könnte, könnte. Ja, also ich muss sagen, ich habe ein bisschen Bock drauf. Also natürlich, was man dazu sagen muss, eigentlich ist die Kombo zwischen Wildgrowth Walker und Amalia eine Endlos-Kombo. Das heißt, die Regeln von Magic erlauben es nicht, dass diese Kombo unterbrochen wird, weil es ist keine May-Ability. Also immer, wenn man explort, bekommt man Leben von Wildgrowth Walker. Immer, wenn man Leben bekommt, muss Amalia exploren. Das würde eigentlich dazu führen, dass das Spiel geteilt wird. Aber hier kommt die zweite Fähigkeit von Amalia eben rein, dass man alle anderen Kreaturen zerstört, wenn ihre Power eben 20 ist. Und auch das kann man eben dafür nutzen, dass man diesen Wrath-Effekt eben, oder diese Kombo dann versucht zu aktivieren, wenn Amalia eben auch bereit ist, anzugreifen. Weil dann 20 Leben, wir starten alle mit 20 Leben in 60-Karten-Magic, dann hat man auch gleichzeitig freie Bahn mit dem Effekt von Amalia selber. Und ich finde, die Kombo, sie wirkt nicht unfair, meiner Meinung nach. Man muss noch ein bisschen abschätzen, ja eben, wie verlässlich diese Herangehensweise ist. Ich glaube, Collected Company, die beiden Karten und ein paar Explore-Kreaturen müssen auf jeden Fall drin sein. Aber gleichzeitig muss man auch sagen, selbst wenn diese Kombo nicht funktioniert, Wildgrowth Walker hat sich damals in Standard schon alleine als eine sehr starke Midrange-Karte irgendwie dargestellt. Dadurch, dass sie halt immer weiter wächst, Lebenspunkte anwachsen lässt. Und selbst wenn man nur was wie Jade Light Ranger spielt, einen Three-Drop, der zweimal explort, hat man sechs Leben gegaint und halt eben zwei Counter auf Wildgrowth Walker, der dann drei, äh, drei, fünf ist. Die muss auch erstmal geblockt werden, beziehungsweise kann blocken für Tage. Also ich finde, da ist, glaube ich, schon ein ganz gutes Deck drin. Also ich kann mich kaum zurückhalten, um diese Karte zu brauen. Und werde es auf jeden Fall mal versuchen und dann vielleicht darüber berichten. Kann ich auf jeden Fall verstehen. Genau, aber das ist auch schon soweit, äh, ja, alles, was wir so an unseren Top-Karten aus X-Alan denn zu besprechen haben. Ähm, abschließend dein Fazit zu Lost Kamen aus X-Alan. Hast du Bock auf den Pre-Release? Äh, hast du dir die eine oder andere Karte schon vorgemerkt? Also, äh, Molten-Collapse wissen wir schon auf deiner One-Liste. Was steckt da sonst noch so drauf? Ähm, ich hab richtig Bock drauf. Äh, meine One-Slist ist ziemlich einfach. Ähm, ich will vier Echoing Depths, darüber haben wir auch schon geredet. Yes. Ähm, zwei Guardian of, äh, Great Doors in Foil für Death in Texas, zwei Molten-Collapse, vier Carven of Souls und vier Stalacted Stalker. Also, alles, worüber wir praktisch geredet haben heute, ist auf meiner One-Liste. Äh, kann ich euch so theoretisch screenshotten. Ähm, und das sind auch alle Karten, die ich habe. Es sind fünf Karten, 16 Karten, also fünf Wands, 16 Karten, die auf Kartenmarkt aktuell auf der Dingsliste sind, dementsprechend. Glaubt uns, wenn wir sagen, das sind unsere Top-Picks, weil das sind unsere Top-Picks. Wir reden auch vorher schon immer über Karten, wo man immer wieder so ein Auge drauf hat, aber wir holen sie mindestens in den Honorable Mentions wieder rein, wenn wir sie wirklich, wirklich, wirklich Bock haben. Ich gebe davon aus, bei dir steht auf jeden Fall Amalia drauf? Ja, definitiv. Also, Amalias steht drauf, meine Wild Growth Walker sind auch schon mal wieder entstaubt. Also, die sind auch schon ready to go. Tatsächlich habe ich einen Blick noch auf Get Lost und Dusk Rose Reliquary, je nachdem, wie ich die Decks denn drumherum baue. Also, ich glaube, Get Lost ist einfach eine ganz gute Sideboard-Removal-Karte. Und ja, Cabin of Souls, ich habe mal ein Auge drauf, dass vielleicht der Preis noch ein bisschen runtergeht. Von daher, schauen wir mal. Aber was sind eure Lieblingskarten aus Lost Cameras of Xerland? Habt ihr Bock auf das Set? Ich hoffe, es ist klar geworden, dass wir ziemlich Bock auf das Set haben. Es ist ein ziemlich cooles Set, unserer Meinung nach. Ein schöner Abschluss zum Jahr, zum Magic-Jahr 2023. Und in dem Sinne würde ich auch mit Blick auf die Uhr sagen, war es das auch schon mit Folge 217 von Radio Raffnika. Ein bisschen länger geworden als sonst. Aber ich hoffe, ihr verzeiht uns das. Wenn ihr, normalerweise an dieser Stelle haben wir unser Ask Us Anything, wo ihr uns Fragen stellen könnt, auf unserem Discord. Dementsprechend, wenn ihr Fragen habt, dann geht auf den Gamery slash Radio Raffnika Discord. Stellt dort eure Frage und connectet euch mit wunderbaren Menschen da draußen. Wenn ihr uns supporten wollt, könnt ihr das sehr gerne tun. Einfach auf YouTube abonnieren. Gerne auch fünf Sterne auf Spotify geben. Liken, sharen, vielleicht einem Freund dieses Video teilen oder diesen Podcast teilen, wenn ihr glaubt, das könnte doch mal ganz interessant sein. Natürlich haben wir Instagram, natürlich haben wir Twitter. Alles verlinkt in der Videobeschreibung. Vielen Dank auch noch mal an Holy. Und der Verweis, dass ihr mit weareholy.com slash Radio Raffnika und den Codes Raffnika10 und Raffnika5 nicht nur 10% oder 5 Euro bei eurem Einkauf spart, sondern uns auch eben indirekt unterstützen könnt. Und wenn ihr uns noch direkt unterstützen wollt, könnt ihr das sehr gerne tun bei patreon.com slash gamery als Dankeschön. Bekommt ihr da die Folge in Gänze, sobald sie fertig ist, zur Verfügung gestellt als Videocast und werdet hier ab einem gewissen Rang eben persönlich genannt. So zum Beispiel BikerX, Buster Madison, Kobi Power, Cybertop, EasyReader24, Generalgötterspeise, Jan W., Psyron, Sascha H., Cinnamon und Steffen H. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support. Und auch vielen Dank an dich, Marc, für eine weitere Woche Radio Raffnika. Immer wieder gerne. Und dann hören wir bzw. sehen uns nächste Woche wieder mit was auch immer in der Welt von Magic so abgehen. Haut rein, bis dann. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.